Hallo zusammen! Alleine gestern und heute habe ich den Link zu den Versi-Sounds über 100 Mal wegschicken dürfen. Es freut mich riesig, dass euch diese Sounds so viel Freude machen, dass ein solch großes Interesse an diesen Sounds besteht. Ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen. Was könnte man am besten mit diesen Sounds spielen? Natürlich alle Styles. Allerdings mein Tipp, bei den Versi-Orgeln gab es ja auch keinen opulenten Begleitautomaten mit jeder Menge Begleitspuren. Daher dünne ich meine Styles sehr stark aus. Meistens nur bis auf ein Schlagzeug, einen Bass und F&L eine Akommensspur. Ich zeige euch das einmal an einem Beispiel. Ihr seht hier den Shanty Vierviertel und da habe ich lediglich das Schlagzeug, die Bassspur und die Rhythmusgitarre angeschaltet. Alle anderen Spuren sind stumm geschaltet. Und hier ein Beispiel für die Versi-Sounds im Stil von Klaus Wunderlich. Musik ist Trumpf. Musik ist Trumpf. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020